Dieser Ford Mondeo ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze Kombi ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kombi bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Dachrailing, Bluetooth, und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 150 PS an ein Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,9 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 31.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. 1.930 Euro. Bester Preis. 1 oder 0.1090 Euro. 2. Exempel. 1.930 Euro. 3.590 Euro. 6.5菜 Was.